Moin Moin Leute, hier ist wieder euer Micha und es geht weiter mit der VfL Osnabrück Karriere hier bei FIFA 18 und heute gibt es eine Neuerung, denn unsere FIFA Videos, ich gucke gerade nach, obwohl gehen immer 3, ja doch, 22 Minuten. Ich versuche, dass wir beide Spiele spielen, anstatt nur eins. Also, und dann starten wir aber auch direkt gleich rein, sonst schaffen wir das nämlich nicht und ich würde sagen, wir sehen uns wieder auf dem Rasen. Und da sind wir auch schon auf dem Platz und ich würde sagen, es geht los. Und was ich noch so zu sagen habe, ja das mache ich einfach währenddessen, aber erstmal konzentrieren wir uns auf dieses Spiel und auf einen guten Start, denn wir sind ja eigentlich immer schnell, schnell und führen immer in den ersten paar Minuten, aber gegen Magdeburg scheint das Ganze ein bisschen schwieriger zu werden. Okay, wir lassen uns drauf ein und nehmen den Kampf doch gerne an. Schön hinten rumgespielt. Jetzt durch die Mitte. Reimerink auf Iowa. Reimerink. Oi, das war ein sehr schlechter Pass in die Spitze von Reimerink. Aber jetzt heißt es auf der Außenbahn kämpfen. Ah, schade. Okay. Erstmal sammeln und gucken, was passiert. Und jetzt kann man attackieren. Magdeburg kommt als erste Mannschaft einmal komplett durch und kann sogar abschließen, aber längst nicht so gut, dass es gefährlich wird. Und jetzt sind wir am Ball und jetzt würde ich sagen, sind wir auch an der Reihe. Ei, ei, ei. Von hinten in die Beine. Das kann eigentlich nur eine gelbe Karte sein. Und zu Recht. Er ist einfach von hinten in die Beine. So. Wir machen den ganzen Freistoß kurz und dann in die Mitte. Ah, wir kommen nicht zum Schuss. Schade, schade. Und jetzt lassen wir den Ball gewinnen. Weiterspielen. Reimerink. Reimerink mit der Flanke. Und die ist gut. Die ist stark, aber leider, leider kam der Torhüter als erstes am Ball. Und Iowa scheint sich bei dieser Aktion auch noch leicht verletzt zu haben. Da geben wir gleich kein Risiko. Der darf dann schon duschen gehen. Dann darf er sich erholen gehen. Oh, doch nicht. Iowa ist doch wieder fit. Reimerink. Reimerink kommt auf den Außen. Spielt den Ball in die Mitte. Und da steht keiner. Aber das gibt es nicht. Jetzt liegt unser eigener Spielweg. Schaut es euch bitte mal an. Hier sind wir. Reimerink spielt in die Mitte. Dieser Ball muss schon sitzen. Aber der Abwehrspieler auf der Linie. Wunderbar. Und jetzt liegt unser Spieler. Und er schießt. Und unser eigener Spieler kriegt ihn volle Elle ab. Zum Glück erst gegen das Knie, dann gegen den Kopf. Aber was für ein Pech. Wir hätten hier schon 1-0 führen können. Auf geht's. Weiter geht's. Mund abwischen. Mensch, Mensch, Mensch. Mehr Pech kann man ja gar nicht haben. So, jetzt aber. Rodriguez. Oh, spielt auf Reimerink. Reimerink kann den Ball leider nicht gut behandeln. Oder was heißt gut behandeln? Gut behandeln? Wahrscheinlich schon. Gut beherrschen. Was für ein Fehlpass. Dafür wieder toll gekämpft. Und jetzt ist wieder Rodriguez am Ball. Ah, wunderschöner Pass auf Bickel. Bickel auf Iowa. Iowa ist jetzt da alleine. Iowa ist da alleine. Iowa. Iowa macht das Tor zum 1-0. Hier sehen wir es nochmal. Wunderschön durchgesetzt. Und flach unten in die Ecke. Nichts zu halten. Iowa mit dem 11. Tor. Wunderbar. Dafür, dass wir vorhin schon etwas Angst haben mussten um ihn. Weil er ist doch zur Zeit unser Hoffnungsträger. Aber was war das für ein katastrophaler Fehler. Der Magdeburger. Und Rodriguez nutzt ihn aus. Das sind mehrere Fehler. Hier einmal der Fehler. Dann kommen wir. Und dann macht der Torwart, was ein Torwart nicht machen darf. Er kommt erst raus. Rennt wieder zurück. Und dann rennt er auch noch mittig ins Tor zurück. Da ist die Ecke sowas von offen. Da brauchen wir wirklich nur locker, locker einschieben. Viele, viele Fehler eingebaut. Der Magdeburger. Und wir können das gut ausnutzen. Dankeschön. Bitteschön. Aber nichtsdestotrotz. Hinten müssen wir auch erstmal sicherer stehen. Uiuiuiui. Da kommen die Magdeburger. Das war zum Glück nur das Tor-Halte-Netz. Ne. Tor-Haltestange-Netz. Ne. Tor-Netz-Haltestange. So rum. Und nicht das Tor an sich. Das war schon mal wunderbar. Und jetzt gucken wir, dass wir hier im Mittelfeld doch nichts mehr anbrennen lassen. Mit einem 2 zu 0 in die Halbzeit gehen. Das wäre bärenstark. Aber wir machen genau solche Fehler. Uiuiui. Palencia spielt auf Reimaring. Reimaring kommt nicht ins Lauf-Duell. Wird gut gestört. Und dadurch kann er nicht an Fahrt aufnehmen. Und jetzt ja nicht die Lücken dazu lassen. Oh. Gut gemacht. Gut gemacht. Das ist Torwart bei Gersbeck. Sicher, sicher. Und er macht das Spiel schnell. Und er macht das Spiel richtig schnell. Und die machen es richtig gut. Rodriguez. Jetzt rennen. Rennen, Rodriguez. Schade aber auch. Okay. Bickel. Ja, wunderbar. Auf Wachs. Wachs mit dem Versuch einer Flanke. Aber kommt leider nicht an. Aber Bickel ist auch noch da. Ei. Nur diese Flanken. Die waren jetzt beide mal nichts. Und damit. Was ist passiert? Foul oder? Nein. Huh. Erste spannende Hälfte ist schon um. Es steht 2 zu 0 für uns. Einmal wunderschön herausgespielt. Und das andere Mal katastrophale Fehler von Magdeburg. Er ist vom Abwehrspieler, der uns anschießt. Wir nehmen den Ball mit. Und der Torwart kommt rausgerannt. Und rennt zurück. Zurück zum Tor. Was schon mal gar nicht gut ist. Aber dann auch noch mittig ins Tor. Somit hatten wir natürlich die kurze Ecke voll offen. Und konnten das ausnutzen zum 2 zu 0. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, dass wir dieses Spiel so beenden, wie wir es angefangen haben. Souverän und sicher. Und das war wunderbar. Er kämpft den Ball. Und jetzt auf Iowa. Iowa aber gegen 3. Iowa gegen 3. Iowa gegen 3. Und holt den Freistoß raus. Meine Güte. Dieser Iowa ist ja unaufholbar. Aber wir wechseln einmal. Reimerink ist viel gerannt. Santa Maria kommt für ihn rein. In der 52. Minute. Hier sehen wir es nochmal. Da der Bodycheck gegen Iowa. Zurecht. Die gelbe Karte. Ein Tickchen weiter. Und dann wäre es die rote gewesen. Weil dann wären wir alleine vorm Tor gewesen. Aber so ist es gelb. Und so ist es auch zurecht gelb. Und jetzt kommt der Freistoß. Seidel hält den Ball. Wunderschön geschossen. Muss man sagen. Oh, wunderschön gespielt. Und leider auch vertändelt. Und jetzt heißt es wieder Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Ja, genau so wollen wir das sehen. Auf die Außen. Auf Santa Maria. Santa Maria, du bist fit. Dich kann ich nochmal schicken. Santa Maria. Santa Maria. Was ist das für eine Flanke? Mit einem Außenriss will der eine Flanke schlagen. Also. Ich traue unseren Spielern ja schon vieles zu. Aber ein Außenriss, Flanke. Die punktgenau kommen soll. Ne. Keine Chance. Und jetzt haben wir das für eine Flanke schlagen. Fast den Ball erobert. Und da haben wir ihn. Oh. Und vertändeln ihn. Aber haben ihn wieder zurückgeholt. Und jetzt müssen wir erstmal das Spiel beruhigen. Denn vorne ist gar keiner von uns. Aber jetzt vielleicht. Santa Maria. Kommt er da durch? Ja, Santa Maria kommt da durch. Setzt sich da wunderbar auf der Außenbahn durch. Aber die Grätsche kam noch zum richtigen Zeitpunkt. Huh. 70 Minuten gespielt. Einiges los hier in diesem Spiel. Jetzt kommt die Flanke in die Mitte. Oh. Oh. Aber wir sind nochmal am Ball. Santa Maria. Santa Maria auf Ioa. Ioa alleine vorm Tor. Macht ihn nicht. Da kommt der Nachschuss. Hoi, 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 hoi. Ich wollte schon den Schuss wieder abbrechen. Aber das war einfach zu schnell. Das konnte ich nicht mehr. Und jetzt kommt Engel für Wachs. Auf die Außenverteidigerposition. Damit wir nicht überrannt werden. Gerade bei einer Ecke ist es wichtig. Schauen wir mal, was wir machen. Nichts. Die war zu schlecht geschossen. Jetzt heißt es Ball erkämpfen. Jetzt müssten wir eigentlich... Gut, dass die das nicht schlau spielen. Sonst hätten wir echt taktisches V-Spielen müssen. Sonst wären sie ja durch gewesen. Aber da sind sie durch. Und da rutschen wir rein. Und können den Ball klären. Aber nicht allzu weit. Jetzt kommt Gersberg. Gersberg. Hat den Ball. Und hält ihn fest. Und Eowa spielt ihn auf Außen. Und... Ah. Nicht ganz... Nicht ganz mitnehmen können. Aber Santa Maria erkämpft sich den Ball wunderbar. Und dann kommt der Pass auf... Oh, ey. Wieder nicht so, wie ich ihn haben wollte. Einen Ticken weiter. Dann hätten wir ihn uns erlaufen können. Und dann wäre es... Das 3 zu 0 gewesen. Somit führen wir 2 zu 0 weiterhin. Durch 2... Ja. Er hat jetzt auch jemand anders eine Pause gebrauchen. Wir wollen aber auch zu 0 spielen. Wir wollen aber auch zu 0 spielen. Das heißt also, hinten wieder gut aufpassen. Ja. Ja. Wunderbar. Da kommt das auch. Schon der nächste Ball. Aber der war nicht so super. Der war nicht so super. Aber die Abwehr macht wieder einen katastrophalen Fehler. Aber Alvarez ist einfach nicht so schnell wie Eowa. Aber... Setzt sich da gut durch. Aber das ist doch kein Schuss. Egal. Abgerutscht. Keine Ahnung, was passiert ist. Aber dieser Spielzug war nicht so toll gespielt. Eowa ist der Schnellere von den beiden. Gut. Kommt vor. Wir führen 3 zu 0. Es gibt Schlimmeres. Jetzt aufgepasst. Nicht noch einen auf den Deckel kriegen. Ja. Drüber geschossen. Gersbeck kann den Ball nach vorne knallen. Und was wir gleich machen. Wir werden gleich Gersbeck erstmal die Nummer 1 geben. Denn er ist ja auch unsere Nummer 1. Und hier sehen wir es. Der Sieg ist wichtig. 12 Spiele. 8 Siege. 4 Unentschieden. 23 Tore geschossen. 7 gekriegt. 28 Punkte. 5 Punkte vor dem 2. Und wenn wir mal überlegen. Von 23 Toren hat Eowa einfach mal 12 geschossen. Und dann würde ich sagen. Wir sehen uns gleich in Spiel Nr. 2 auf dem Rasen wieder. Und da sind wir auch schon im zweiten Spiel. Haben Anstoß. Wie gesagt. Heute gibt es zwei Spiele. Und das versuche ich jetzt eigentlich auch durchzuziehen. Nicht immer eins simulieren. Sondern wir spielen einfach beide. Dann haben wir auch das Optimale in der Hand. Und müssen uns sicher auf den Computer verlassen. Und dann wünsche ich uns einfach jetzt mal viel Erfolg. Auch für Spiel Nr. 2. Damit wir 6 Punkte heute aus dieser Folge rausnehmen. Und wenn euch das Ganze so gefällt. Wie ich es mache. Oder auch generell. Dann gebt der ganzen Geschichte hier einen Daumen. Und wenn ihr wieder wollt. Dass wieder nur eins Spiele kommt. Und eins simulieren. Dann schreibt es in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid. Und dann gucken wir mal was wir machen. Und ich kann euch versprechen. Versprechen will ich es eigentlich nicht. Aber ich versuche. Und zwar kriege ich vielleicht bald eine eigene Zockerecke. Zur Zeit zocke ich ja noch vom Sofa aus. Auf meinem Fernseher. Und das ist ja nicht ganz so optimal. Denn so kann ich auch keine Facecam anmachen. Ja weil ich habe hier vor so einem Freunden hängen. Und die müssen alle nicht gesehen werden. Nicht weil sie peinlich sind. Sondern ja weil die Freunde das wahrscheinlich dann ja auch nicht wollen. Ich habe sie zwar nicht gefragt. Aber ich werde sie auch nicht fragen. Denn ich werde es erst gar nicht machen. Ich möchte im Keller einen eigenen Zockerbereich haben. Und dann gibt es einen Greenscreen. Und da kommt schon Iowa. Mit dem Ball. Schade schade. Und da gibt es eine eigene Ecke. Und da kommt dann die Facecam auch wieder zustande. Und dann hoffe ich dass ich das auch alles hinkriege. Und ja ihr werdet ja auf dem Laufenden gehalten. Bleibt also schön dran. Dann wisst ihr mehr. Und ja. Genau. Oi 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 oi. Gersbeck. Wunderbar gehalten. Und jetzt ist aber erstmal Konzentration auf diesem wunderbaren Spiel. Denn Hansa Rostock ist kein allzu leichter Gegner. Aber das haben wir gerade auch von Magdeburg gesagt. Ja sie waren ja auch nicht einfach. Haben nur einen katastrophalen Fehler zum falschen Zeitpunkt gemacht. Und dann stand es schnell 2-0. Und die Sache war gegessen. Den Gefallen könnte uns jetzt Hansa Rostock auch mal machen. Iowa. Schade. Aber da gegen 4 Leute alleine durch. Das hätte ich noch nicht mal Iowa zugetraut. Obwohl ich dem schon sehr sehr viel zutraue. Oi oi oi. Und da ist Chaka. Du schaffst das. Und er hat es wirklich geschafft. 1-0 für Hansa Rostock. Brutaler Fehler von uns. Hier in der Verteidigung. Keiner passt auf. Zweimal wird er durchgestochen. Tja. Pech gehabt. Somit liegen wir 1-0 hinten. Ich weiß nicht ob es das schon mal jemals gab in dieser Karriere. Schauen wir mal was wir daraus jetzt machen. Jetzt ja nicht den Kopf in den Sand stecken und hängen lassen. Sondern auf unsere Fähigkeiten vertrauen. Und da ist auch Iowa als Vorbereiter. Als Vorbereiter. Iowa. Nein nicht als Vorbereiter. Oh Pfosten. Jetzt weiß ich gar nicht wer. Wir waren zuletzt dran. Okay. Ich dachte der Abwehrspieler hätte ihn da selber hingelenkt. Aber dann waren wir doch noch am Ball. Schade schade. Ich sag ja. Nur nicht den Kopf in den Sand stecken. Dann klappt das auch. Jetzt aber erstmal wieder Konzentration. Was die Abwehrarbeit angeht. Bevor wir uns konzentrieren Tore zu schießen. Sollten wir erstmal konzentrieren dass wir hinten gut stehen. Aber solche Fehler dürfen nicht passieren. Glück gehabt dass es hier nur 1-0 steht. Und ihr habt es gesehen. Gersberg hat jetzt die Nummer 1. Ich habe ja gesagt. Das ist ein Anliegen von mir gewesen. Hoffentlich. Ja. Hält er auch weiter so gut. Am ersten Tor konnte er nichts machen. Aber. Sind wir mal gespannt was er so noch hinkriegt. Da ist Iowa. Aber er ist auch alleine da vorne. Bickel. Auch schon lang nichts mehr. So richtig gesehen. Keine Torvorlage. Kein Tor. Der hat uns am Anfang. Ja. Die Siege beschert. Und lässt jetzt gerade ein bisschen nach. Schauen wir mal dass wir jetzt was Gutes hinkriegen. Aber wieder nicht. Und wieder kommen die da zu leicht. Durch unsere Abwehr durch. Jojo. 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 Das war aber auch wirklich wieder in allerletzter Sekunde. Aber wie ihr seht. Ich komme da nicht durch. Ich kann keine vernünftigen Passstafetten aufziehen. Wir bräuchten ja den Ball mal um nach vorne zu kommen. Der einzige der immer den Ball hat ist Iowa da vorne gegen vier alleine. Jetzt wäre es mal die Chance gewesen. Aber Halbzeit ist Halbzeit. Können wir nichts gegen machen. Hoffen wir einfach mal auf Halbzeit. Nr. 2 Die jetzt auch anfängt. Und dann. Wollen wir hier. Das Ganze hier noch drehen. Huh. Jetzt muss ich mich hier gerade mal ein bisschen durchschnaufen. Oh. Aber so nicht. Jetzt vielleicht. Aber wir sind da vorne. Hier das sind sieben Mann. Und wir sind zu dritt. Und wie sollen wir denn da durchkommen? Das heißt. Wenn wir das nächste Mal einen Ball haben. Müssen wir erstmal nach ganz hinten. Und alle Mann mit nach vorne ziehen. Aber dann passieren solche Lücken. 51. Minute. Sollten wir schon wechseln. Nein. Die sind noch fit. 51. Minute. Und wir haben noch nicht sehr viel in diesem Spiel hingekriegt. Iowa hat einen Schuss gehabt. Aber jetzt auch. Jetzt können wir hier vielleicht mal kontern. Nach einer Ecke. Nach einer Ecke könnten wir vielleicht mal kontern. Aber wo bleibt Iowa? Da ist Iowa. Setz dich durch. Nein. Er bleibt am Fuß hängen. Ah. Alle Hoffnung auf unseren Stürmer. Aber er kann auch nicht immer derjenige sein. Der uns hier aus dem Schlimmsten rauszieht. Und in jedem Spiel drei Tore macht. Iowa jetzt auf außen. Stand doch noch der andere Spieler davor. Er holt sich aber den Ball stark wieder. So. Und jetzt hat Iowa mal Platz. Und dann spielen sie das schön. Aber dieser Schuss. Naja. Dann wechseln wir mal in der Offensive. Santa Maria kommt jetzt rein. Oskip-Eckball. Dann ist auch verständlich, dass der Ball so weit daneben ging. Ich habe gedacht, das wäre schon unser Schuss gewesen. Und das war die Ecke. Kommen wir nicht dran. Und der Nachschuss. Nochmal geschossen. Wir kommen hier nicht durch. Iowa kommt nicht zum Schuss. Schade, schade. Scherazade. Ja, Iowa ist einfach unser neuer Held. Ganz klar. Er alleine durch die Spiele vorher. Und dass er schon zwölf Tore hat. Von 23. Die wir alle geschossen haben. Iowa ist hier bei uns. Und aus der Brücke der neue Held. Das denke ich schon. Und vielleicht zeigt er es ja auch nochmal. Iowa. Na. Ah, schade. Aber er kämpft da vorne. Und versucht alles, um da noch was hinzukriegen. Oh, wir haben einen Verletzten. Sollten wir gleich mal gucken, wer das ist. Und dann auch rausnehmen. Na. Wieder nicht. Den Ball zurückerobert. Wir sind in diesem Spiel immer einen Schritt zu weit weg. Und jetzt schauen wir erstmal, wer sich da verletzt hat. Vaya hat sich verletzt. Dann wechseln wir ihn aus. Dann ne Berg kommt. Und ich glaub. Ja, Bickel könnte vielleicht auch mal gewechselt werden. Bickel. Und dann kommt ne Renneke. So, und dann haben wir unsere drei Wechsel auch getätigt. Wir können nicht mehr... Wir können nicht mehr... Den machen wir sowieso schon. Den Wechsel. Von daher... Brauchen wir den nicht mehr annehmen. So, noch ne Viertelstunde zu spielen. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier noch was hinkriegen. Santa Maria auf Iowa. Wir spielen das wunderschön, die beiden. Santa Maria. Und da kommt die gefährliche Flanke. Die war abgefälscht. Plasvic kommt da noch sehr gut ran. Die wär gefährlich geworden. Boah, und da fällt Stirn ab. Und dann fasst er in den eigenen Kasten rein. Gucken wir mal, was wir jetzt aus der Ecke hier machen. Iowa war nicht am Ball. Dürft der Einwurf für uns geben. So ist es auch. Santa Maria auf den Außen. Na, setzt sich da nicht durch. Ah. Noch 10 Minuten. Kommt, Jungs. Wir wollen hier noch Punkte mitnehmen. Und zwar mindestens ein. Drei wären es schon schwierig. Aber so, wie wir da verteidigen. Mensch, Mensch, Mensch. Der ist ja ganz alleine. Aber das ist auch ne schlechte Flanke. Ui, ui, ui. Mit sehr viel Gottvertrauen den Ball da hinten rausgespielt. Und jetzt müsste der Ball auf Iowa kommen. Aber wir kriegen den Pass da nicht hin. Jetzt vielleicht nochmal. Noch 5 Minuten sind ja zu gehen. Iowa ist da ganz alleine gegen so viele. So, Santa Maria. Santa Maria auf Rodriguez. Rodriguez. Iowa. Iowa mit dem Pass. Schade. Wieder nicht angekommen. Der letzte Pass. Da fehlt es noch ein bisschen. Und das muss sich schnell ändern. Denn jetzt ist das Spiel gleich vorbei. Santa Maria. Ball abgefälscht. Es gibt nochmal Eckball in der 90. Minute. Puh. Nehmen wir noch einen Punkt mit. Wir sind gespannt. Aber durch so eine Ecke nehmen wir keinen Punkt mit. Nicht einen einzigen. Santa Maria. Iowa. 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 Jetzt will er es wissen. Iowa. Will es wissen. Und kriegt den Pass wieder nicht gespielt. Schade, schade. 1-0 Niederlage gegen Hansa Rostock. Nichtsdestotrotz. Iowa ist einfach unser neuer Held. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es genauso seht. Ich sage ja, was ihr sagt. Das könnt ihr dann wirklich reinschreiben. Dann kann ich das lesen. Und dann machen wir uns ein Gesamtbild. Aber ich glaube schon, dass Iowa vorne nicht mehr für die dritte Liga zu ersetzen ist. Und dann würde ich sagen, der Part ist schon lang genug. Habt noch einen schönen Tag. Man sieht sich. Haut in rein. Bis denn. Das Schaudet. Tschüss. Bye-bye.